Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part, Phoenix Wright, Ace Attorney. So, und wir sollen jetzt ins Hotel Gatewater und Frau May einen Besuch abstatten. 6. September, Hotel Gatewater, Zimmer 303. Nun, hallo mein Hübscher. Äh, hallo. Cool Wright, echt cool. Sie sind der Anwalt, oder? Der Kommissar hat es mir gesagt. Er sagte, erzählen Sie diesem Anwalt nichts, Schätzchen. Memo an mich, Gamsho, danke, dass ihr mir die Arbeit erschwert. Huiuiui, da kommt man sich ja vor wie im Film. Das ist alles so aufregend, ich kann mich kaum noch beherrschen. Oh, lassen Sie mich kurz ins Bad, damit ich auch aussehe wie die schönen Augenzeugin. Der Anwalt, der die ins Kreuz fernnehmen muss, tut mir jetzt schon leid. Okay. Äh, was ist denn das hier für ein Schraubenzieher? Ein Schraubenzieher ist in die Schublade geklemmt. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Mal sehen. Hey, hey. Wow, wie die guckt, Alter, richtig spooky. Was waren Sie denn da? Fassen Sie nichts an. Oh, Sie schlimmer, Sie. Sie wollen sich noch nicht fremden Zimmern herum schnüffeln. Sie wollen mich doch nicht verärgern, oder? Verärgern? Ein Moment lang dachte ich, sie würde gleich explodieren. Ich möchte zu gern wissen, was in dieser Schublade ist. Okay, wir reden mal, was Sie sahen. Glauben Sie, Sie können mir etwas erzählen? Können Sie mir beschreiben, was Sie während des Vorfalls beobachtet haben? Beobachtet. Vorfall. Sie klingen wie so ein Anwalt im Fernsehen. Ich mag Männer mit einem großen Vokabular. Äh, äh, äh. Ich sollte Sie jetzt nicht ermutigen. Äh, Sie erinnern sich an die Gescheh... Äh, äh, an das, was neulich Schlimmes passierte. Hahaha. Was haben Sie gesehen? Ich gehe nicht davon aus, dass Sie mir davon erzählen werden, wenn ich Sie höflich frage. Mal sehen. Ähm, gut, räumen Sie weiter. Wenn Sie es wissen wollen, dann müssen Sie morgen ins Gericht kommen, Herr Anwalt. Oh, Mann. Frau May. Ähm, können Sie mir... Wer genau sind Sie? Oh, Herr Anwalt. Backern Sie mich etwa an? Ne, 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 nein. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Hahaha. Sie wissen eigentlich, dass Sie... Wissen Sie eigentlich, dass Sie niedlich sind, wenn Sie rot werden? Glaubt mir, dass das erste Mal in meinem Leben, dass es so rot wurde. Ähm, äh, äh... Nun, äh, können Sie mir bitte sagen, was Sie beruflich machen? Nun ja. Nein, hihi. Und Sie dachten, Sie hätten mich... Richtig? Oh, Mann. Dieser Raum. Ich sehe zwei Gläser auf dem Tisch. Lebt hier noch jemand mit Ihnen? Oh, welch bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Sie müssen einer dieser berühmten Detektive sein, wie die im Fernsehen. Oh, nein, ich doch nicht. Ich, äh, ich bin nur ein Anwalt. Sagen Sie, Herr Spirnaus, warum schauen Sie nicht mal im Papierkorb nach Indizien? Frau May mag keinen neugierigen Kleinanwälten. Oh, Mann. Okay. Präsentieren. Haben wir hier irgendwas? Äh. Entschuldigung, aber ich bin Zeuge, Zeuge für die Polizei. Verstehen Sie? Wie könnte ich Ihnen da die ruhige Gewissensinformationen geben? Ja, die Zeugen, das wie in einem Film. Okay. Die redet also mit uns jetzt gerade nichts mehr. Strafanstalt. Ah. Was gibt's Neues? Haben Sie den Anwalt getroffen? Tut mir leid. Ich hab ihn noch nicht getroffen. Ich verstehe. Hm. Ich werde best diesen Star-Anwalt auftragen, von dem sie sprach. Okay. Gehen wir mal zum Rosberg. Herr Großberg mit Rosberg. Hm. Sieht aus, als wäre Herr Großberg immer noch nicht da. Vielleicht sollte ich hier auf ihn warten. Das war wohl das deutlichste Räuspern, das ich je gehört habe. Oh. Also Sie sind derjenige, der mich sucht. Äh. Ja, der bin ich. Er sieht sogar noch größer aus, als ich gedacht habe. Hm. Hm. Das Abzeichen an Ihrem Grager. Demnach sind Sie Anwalt. Richtig. Äh. Ja, das stimmt. Und was wollen Sie? Ich hab zur Zeit nicht so viel zu tun. Bitte fahren Sie fort. Nicht viel zu tun? Warum ist es denn so schwer, ihn aufzutreffen? Hm. Stimmt etwas nicht. Sie kamen, um den einzigartigen Marvin Grossberg zu sehen. Stimmt's? Nun. Hier bin ich, mein Junge. Was wollen Sie? Raus mit der Sprache. Ähm. Nun gut. Es geht um Maya. Maya Faye. Hm? Ähm. Ähm. Ja. Maya Faye. Fahren Sie fort. Hm. Warum diese merkwürdige Reaktion? Ah. So, so. Ich habe sehr viel zu tun, mein Junge. Ich kann keine Fälle von heute auf morgen übernehmen. Das ist unmöglich. Warten Sie einen Moment. Woher wussten Sie, dass die Verhandlung morgen stattfindet? Ähm. Ähm. Wie auch immer. Ich fürchte, ich kann diesen Fall keinesfalls übernehmen. Ende der Diskussion. Ähm. Was hat das zu bedeuten? Er hat abgelehnt, ehe ich ihn überhaupt gefragt habe. Was sage ich Maya nur? Den, mit dem reden wir doch mal. Die ablehnen. Wie können Sie einfach so ablehnen? Warum können Sie den Fall nicht übernehmen? Hm. Ah. Sehen Sie. Es ist so. Ich bin sehr beschäftigt. Wissen Sie. Aber der Klient ist Mia Faces Schwester. Ähm. Ähm. Mia hat, Mia hat ihn vertraut. Sie wusste, wie ihre Schwester würde in guten Enden sein. Ja, ja, sicher. Das weiß ich. Wie auch immer. Es tut mir leid. Ich muss leider ablehnen. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Griecher. Na gut. Ich habe keine Zeit mit Ihnen zu streiten. Ich werde mich woanders umsehen. Ich glaube nicht. Hä? Sagten Sie etwas? Ich sagte, ich glaube nicht. Was meinen Sie? Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich fürchte, dass kein Anwalt diesen speziellen Fall übernehmen wird. Tut mir sehr leid, mein Junge. Warum? Ich... Das kann ich nicht sagen. Hm. Wenn wir jetzt bitte gehen würden, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Was geht hier vor? Mia. Woher wussten Sie das, Frau Faye? Hm. Sie arbeitete hier. Es ist sehr lange her. Hm. Während des Studiums. Sie lernte meine Techniken beeindruckend schnell. Eines Tages ist sie einfach gegangen. Sie hatte eine Mission. Wissen Sie? Eine Mission? Man konnte es in ihren Augen lesen. Sie verfolgte sie mit feuriger Leidenschaft. Sie schaute nie zurück. Das Bild. Das Bild ist außergewöhnlich. Ist Ihnen aufgefallen? Ist mir Freude. Ist mir Freude und Stolz ist beeindruckend. Nicht wahr? Nun. Nicht wahr? Die Farbe des Himmels. Die Nuance des Meers. Die Struktur des Strohhuts. Ist mindestens 3 Millionen wert. Aber ich werde mich nicht davon drinnen. Nein. Ich werde es nicht verkaufen. Nicht mal ihn. Nicht, dass ich interessiert gewesen wäre. Das nicht zu verkaufen. Ich verkau... Ich kaufe auch nicht. Was ein Typ. Aber er hat abgelehnt. Und diese Reaktion. Irgendwas ist hier doch ganz, ganz faul. Oh. 6 September 15 Uhr 42. Strafanstalt Besuchraum. Um 16 Uhr braucht sie einen Verteidiger. Äh. Hallo. Oh. Sie sind wieder da. Haben Sie den Anwalt gefunden? Hm. Na ja. Was sag ich ihr denn jetzt? Nun sehen Sie es. Sei einfach ehrlich. Ich denke, Sie sollten diesen Mann nicht engagieren. Er erschien mir nicht gesund zu sein. Er hat nur noch Haut und Knochen. Der Humor ist auch geil. Was ist wirklich passiert? Hm. Sagen Sie nicht, hat er sich geweigert mir zu helfen? Ja. Ich verstehe. Dann bin ich jetzt ganz allein. Oh, die Musik. Der Tag des Mordes. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen? Tut mir leid. Ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss. Nein. Das ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich nichts anderes getan, als darüber zu reden. Ich habe mich daran gewöhnt. Mal sehen. An dem Morgen rief mich meine Schwester an. Sie bat mich, ein Beweistück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Das ist die Uhr der Dengard, die Larry gemacht hat. Das macht es fast schon zu einem Serienmord. Wann sind Sie im Büro ankommen? Das war so gegen 21 Uhr. Das Licht war aus und es roch nach Blut. Dann habe ich Sie gefunden, meine Schwester. Danke, Maya. Das ist alles, was ich im Moment von Ihnen hören wollte. Ihre Familie. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Ich hatte nur meine Schwester. Mein Vater starb, als ich noch sehr klein war. Und ich weiß nicht, wo meine Mutter ist. Das weiß sie nicht. Dann könnte sie noch leben. Ihre Mutter. Die Frauen in meiner Familie waren schon seit Generationen Mädchen. Man sagt, dass übersinnliche Kräfte uns im Blut liegen. Vor ungefähr 15 Jahren war unsere Familie in einem Vorfall verwickelt. Da war ein Mann, der... Er hat das Leben unserer Mutter ruiniert. Ruiniert? Danach verschwand sie. Viele Jahre später verkündete meine Schwester, dass sie Anwältin werden wolle und verließ den Berg. Also, Sie leben alleine? Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Nun ja, ich musste selbstständig werden oder ich hätte meine Kräfte verloren. Sie tut mir leid, so allein oben auf diesem Berg. Feind Ihrer Mutter. Sagen Sie, wer war dieser Mann, der Ihre Mutter ruiniert hat? So etwa vor 15 Jahren, da gab es einen ungewöhnlichen Mordfall. Er verursachte großen Wirbel, beinahe jeder sprach darüber. Die Polizei trat auf der Stelle und verzweifelte fast. Moment, die haben doch kein Medium eingesetzt, oder? Die Polizei überredete meine Mutter, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. Wow, und was ist passiert? Der Fall wurde gelöst. Dachten wir. Sie dachten? Der Mann, den meine Mutter überführen... Äh, was? Den meine Mutter überführen half, war unschuldig. Hä? Die Zusammenarbeit der Polizei mit meinem Medium wurde natürlich geheim gehalten, aber... Ein Mann fand es heraus und verriet es an der Presse. Er erzählte den Medien, dass meine Mutter eine Lügnerin sei und sie stürzen sich darauf. Sie... Meine Mutter wurde zum Gespött des ganzen Landes. Ich verstehe. White. Hä? Den haben wir doch schon mal irgendwo gelesen. Entschuldigung, White? White. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White. Dann dauert es wohl nicht mehr lange, bis ich einen Flüchtverteidiger kriege. Schon 16 Uhr, die Zeit ist um... Was soll ich tun? Soll ich sie hier sitzen lassen, nach Hause gehen? Nein, natürlich, wir verteidigen dich mal ja. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie verteidigen, ob sie wollen oder nicht. Hä? Warum? Warum? Nun. Ich kann sie nicht verlassen. Niemand ist so bedauernswert wie eine Person ohne Freunde. Ich weiß das. Ich stand auch schon mal allein da. Das ist lange her. Oh, Rückblick. Warum bin ich Anwalt geworden? Weil jemand sich um die Leute kümmern muss, die niemanden an ihrer Seite haben. Maya. Ich lasse sie nicht im Stich. Sie können auf mich zählen. Das ist so lieb von ihnen. Okay. Gut. Dann lassen Sie uns das hier durchstehen und sie hier rausholen. Ja, ja. Einverstanden. Vielen Dank. Wow. Sie lächelt endlich. Sie sieht gleich wie eine völlig andere Person aus. Eine letzte Frage. Sie sind unschuldig, oder? Ja. Und ich vertraue ihnen. Und sie vertrauen mir auch, okay? Abgemacht. So, wie geht es weiter? Da ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Was war in der Schublad dieser seltsamen Frau? Als ich versuchte, ihn einzusehen, wurde sie nervös. Da muss etwas drin sein. Okay, und wir bewegen uns nochmal zur Frau April Mays Zimmer. Guten Tag, der Herr. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Oh, ich bitte um Verzeihung, mein Herr. Ich bin der Paar des Entablissements. Steht zu Dienst, mein Herr. Ah, in Ordnung. Ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Bestellung aufs Zimmer zu bringen, mein Herr. Wissen Sie, wo Frau May sein könnte? Äh, unser Gast, Frau May, nutzt wohl gerade die sanitären Einrichtungen. Wenn Sie keine Wünsche haben, werde ich mich empfehlen. Bitte bleiben Sie, solange Sie möchten. Genießen Sie. Ja. Äh, nein, warten Sie. Hey. Warum blamiere ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier bin? Moment mal. Das ist meine Chance, ein wenig zu schnüffeln. Oh, ich hätte fast vergessen. Ah, da sind Sie ja wieder. Darf ich Sie bitten, Frau May zu informieren, dass eine Nachricht für Sie vorliegt? Sagen Sie ihr bitte, dass Herr White von Blue Corp angerufen hat. Oh, ja, sicher. Herr White von Blue Corp? Wo habe ich den Namen schon mal gehört? White. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White war der Name des Mannes, der Mias und Mayas Mutter ruiniert hat. Kann das ein Zufall sein? Okay, wir untersuchen schnell die Schublade. Ein Schraubenzieher steckt zur Hälfte in dieser halboffenen Schublade. Das ist meine Chance, herauszufinden, was da drin ist. Hä? Na, was haben wir denn da? Eine Wanze? Was macht eine Frau wie sie mit so etwas? Wanze in Frau Mays Hotelzimmer gefunden. Diese Frau May ist definitiv verdächtig. Warum sollte sie so etwas in dem Hotelzimmer haben? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es. Na gut. Ich werde diesen Hinweis morgen vor Gericht verwenden. So viel ist sicher. Und was Maya betrifft. Ich werde diese Frau aufknöpfen. Äh, ich meine, ich werde sie mir vorknöpfen. Oh, Page. Immer noch hier. Oh, oh, Zeit zu verschwinden. Ich freue mich schon auf ein heißes Tänzchen mit Ihnen, Frau May. Vor Gericht. Sehr schön. Fortsetzung folgt. Oh, yeah. Also, oh, Speichern wurde abgeschlossen. Und wir speichern diesen natürlich unseren Spielfortschritt. Hier hin. Oh, das geht direkt weiter. 7. September, 10 Uhr. Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 1. Okay. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Frauen. May May. May. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Herr. Die Verteidigung ist bereit, euer Herr. Miles Edgeworth. Ich darf heute keine Schwäch zeigen, sonst wird er sofort an mir rummeckern. Herr Edgeworth. Das Gericht bittet Sie um Ihr Öffnungsplädoyer. Danke, euer Herr. Die angeklagte Frau Maya Faye befand sich im Tatort. Der Staatsanwaltschaft liegen Beweise vor, dass sie den Mord verübt hat. Und wir haben einen Zeugen, der sie dabei gesehen hat. Die Staatsanwaltschaft hat keine Zweifel über die Fakten in diesem Fall, euer Herr. Ich verstehe. Vielen Dank, Herr Edgeworth. Dann lassen Sie uns beginnen. Wenn wir unseren ersten Zeugen aufrufen dürfen, euer Herr. Die Staatsanwaltschaft ruft Inspektor Gamschow, zuständiger Beamter am Tardorf, auf. Zeuge, bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen und Ihren Beruf. Jawohl. Ich heiße die Gamschow. Ich bin Herr für Mord, zuständiger Inspektor im Polizeibezirk. Hohen Schluckdränge, die Stimpf versagt langsam. Inspektor Gamschow, bitte schildern Sie uns die Einzelheiten dieses Mordes. Sehr gern. Ich werde es Ihnen am Bodenplan des Büros erläutern. Die Leiche wurde hier bei diesem Fenster gefunden. Und was war die Todesursache? Verblut nach einem Schlag. Mit einem stumpfen Gegenstand. Die Mordwaffe war eine Statue des Denkers, die neben der Leiche gefunden wurde. Sie ist schwer genug, um selbst einem Mädchen als tödliche Waffe zu dienen. Das Gerücht erkennt die Statue als Beweis an. Sie bezeichnen die Mordwaffe immer noch als Statue. Bodenplan zum Gericht sagt hinzugefügt. Der Tatort, die Anwaltskanzlei, Faye und Partner. Nun, Inspektor. Ja. Sie haben Frau Meierfaye, die sich am Tatort befand, sofort verhaftet. Richtig. Können Sie mir sagen, warum? Ja, sicher. Es gab eindeutige Beweise, dass sie es war. Inspektor Gamschow, bitte sagen Sie vor dem Gericht über diese eindeutigen Beweise aus. Zeugenaussage, Meierfays Festnahme. Als der Anruf kam, eilte ich sofort zum Tatort. Dort befanden sich bereits zwei Personen. Die angeklagte Frau Meierfaye und der Anwalt Herr Phoenix Wright. Ich habe Frau Meierfaye sofort festgenommen. Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Die Zeugin hat Frau Meierfaye genau zum Zeitpunkt des Mordes gesehen. Hm, genau zum Zeitpunkt, sagen Sie. Nun gut, Herr Wright. Sie können mit dem Kreuzwehr beginnen. Ja, euer Ehren. Was soll ich nur fragen? Ich habe keinen einzigen Widerspruch in dieser Aussage finden können. Puh. Bäh. Hey, Meier hat mir etwas gerade nach mir geworfen. Was ist das? Wenn meine Schwester keinen Widerspruch in der Aussage eines Zeugen finden konnte, dann hat sie geblufft und den Zeugen zu jeder Details ausgequetscht. Der Zeuge verstrickt sich immer in etwas und sagt was Falsches. Das hat sehr oft funktioniert. Hey, hätte ich mir denken können, dass Meier einige Tricks ihrer Schwester kennt. Also gut, ein Versuch ist es wert, genau. Ähm, ist irgendwas? Äh, nein, euer Ehren. Ich würde gerne mit dem Kreuzwehr beginnen. Genau. Ja, und, ähm, Kreuzwehr, Meierfaye's Festnamen. Und das ist immer so, das kann man ja auch mal kurz erklären, wenn der Inspektor, dadurch, er hat ja keinen Grund zu lügen. Also wenn irgendwie ein Widerspruch oder wenn man den Inspektor was fragt. Er ist ja in dem Falle kein Zeuge oder sonst irgendwie was. Man kann ihn einfach fragen, irgendwelche Sachen, weil, äh, er ist ja Polizist. Also, er ist ja jetzt keine Person, die irgendwie Dreck am Stecken hat oder so. So, dann greifen wir doch mal an. Moment mal. Von wem sagten Sie, wurden Sie angerufen? Hey, mein Lieber, stellen Sie sich nicht so blöd, Sie wissen genau von wem. Der Anruf kam von einem Gast aus dem Hotel Gatewater. Genau gegenüber vom Tatort. Oh, mit dem Inspektor Gamscher seiner Stimme bin ich nicht so ganz zufrieden. Muss ich mal gucken, wie ich denn noch spreche. Hm, ich hab seine Aussage angegriffen. Hat wohl nicht viel gebracht. Richtig, bitte fahren Sie fort. Alles klar, da fahren wir uns mal. Inspektor Gamscher, wissen Sie, wie viel Zeit vergangen ist? Zwischen dem Eingang des Anrufs und Ihrer Ankunft am Tatort. Hm, nun, ich würde sagen, es waren circa drei Minuten. Das war ja richtig schnell. Unser Motto für diesen Monat ist schnell reagieren. Darum war ich da, bevor der Mörder abhauen konnte. In der Tat. Sagen Sie uns doch bitte, welche beiden Personen Sie am Tatort eingetroffen haben. Ja, gern. Die angeklagte Frau Meyer-Fey und der Anwalt Herr Phoenix Wright. Okay, fragen wir nochmal. Sind Sie sich absolut sicher, dass wir beide waren? Ja gut, das war eine doof Frage. Du warst ja selber dort, Phoenix. Hör mal gut zu, mein Lieber. Deine blöde Masch bringt dir gar nichts. Sie Kleine mit ihren Hippie-Klamotten und sie mit ihrer Igel-Frisur. Ihr zwei seid so auffällig wie verdächtig an einem Tatort. Hm, nun, was sie betrifft, hat er nicht ganz unrecht. Sie ist unverwechselbar. Ich sollte die Punkte, die ich am Graf Vorsicht stecke, auswählen. Ich hab Frau Face of Fat festgenommen. Darf fragen wir auch nochmal. Warum? Was ist der Grund? Warum wir meinen Zeugenaussagen mit ihrer Beschreibung? Okay. Warten Sie mal. Ja? Wenn ich richtig verstanden habe. Haben Sie gesagt, Sie hätten sie verhaftet, da eindeutige Beweise gegen Sie vorliegen? Hä? Ich soll das gesagt haben? Ich hab es genau gehört. Sie haben es wirklich gesagt. Sie haben es gesagt. Was an der Behauptung dieser verdächtigen rosa Dame waren eindeutige Beweise. Ohne Stimme versagt. Äh, wie bitte? Frau May ist nicht verdächtigend sicher auch nicht rosa, mein Bester. Na gut, ich denke, sie ist wohl doch rosa. Das reicht, Inspektor, komm schon. Haben Sie irgendwelche handfesten Beweise außer Ihrer Behauptung, Inspektor? Ähm. Hm. Ich denke, angreifen kannst du seine Vorteile haben. Ja. Hä? Mist. Tut mir leid. Ich habe... Wie könnte ich den denn sprechen? Tut mir leid. Ich habe einiges bei meiner Aussage durcheinander gebracht, euer Ehren. Es gibt da was, was ich Ihnen als erstes hätte sagen sollen, euer Ehren. Das... So, das ist eigentlich ein gutes Thema. Nun gut, Inspektor. Dann wollen wir Ihre Aussage doch mal anhören. Eindeutige Beweise. Und diese eindeutigen Beweise hören wir beim nächsten Mal, hier bei Phoenix to Ride. Ace Attorney. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.